nicht darin vorzukommen die nehmen wir jetzt alle mal mit auf den Weg dahin würde ich sagen oder gucken zumindest, dass wir alle hinkriegen vielleicht nehmen wir auch noch diese Prüfung hier mit so, jetzt fliegen wir erstmal los so auf jeden Fall ist die Hauptquest heute wieder dran und wer hat keine Lust auf Hauptquests, alle haben Lust auf Hauptquests Hauptquests sind super so, erstmal die Balance mit hier um ich glaube die habe ich schon alle mal geholt was sein ich glaube ich habe die halt schon geholt, egal nochmal mit diese ne anscheinend auch nicht oh da können wir nur außen rum da können wir gar nicht müssen wir tatsächlich einmal außen rum fliegen? warte mal auch mäßig hätte ich gerade auch anders aufrufen können wir sind hier, müssen hier durch müssen wir hier durch wieso haben wir bei den Aufträgen nicht unsere Quest an achso weil wir fliegen ne? ok aber trotzdem müssen wir da irgendwie durch das kriegen wir glaube ich hin hier durch können wir da rüber fliegen? oder geht das auch nicht? hier können wir erstmal runter und unsere Schwester machen welch angenehme Überraschung können wir das auch schnell hier machen oder? ohne dass wir die Gegner uns stören ich glaube schon sie bürger riefer 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 Mehr von diesen Dinger müssen wir finden hier. Da unten sind noch drei Köpfe sich. Das sind noch nicht alle. Muss noch mehr sein. Erstmal ist hier noch eine Truhe, sehe ich gerade. Können wir gleich mal mitnehmen. Aber wo sind wir noch mehr von diesen Köpfen? Da können wir nicht hin. Da können wir hin, aber nur nicht mit Besen. Aber hier müssen noch mehr von den runden Dingern sein. Da unten. Da leuchtet sie durch. So. So. Sollen wir den ganzen Kampf noch hier anzuholen? Ich glaube schon. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir das natürlich. Dafür bin ich auf jeden Fall, wenn wir schon mal hier sind. Da sind ja einige an Kobolden hier, aber... Wo. 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 Glatio! Nein, ich war hängig. Ich bin besser. An diesem Scheiß. Mist. Da! Femme auf! 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 Jetzt kann ich ihn leider nicht treffen, weil ihm tot zu oder in Pärö drauf wirkt. Aber so krieg ich immer jetzt ein bisschen Leben zurück. Halt mal, kann ich theoretisch nicht auch ihnen das Ding raushauen hier? Nein, ich komme hier nicht weg. Oh, es geht nicht weg. Okay, das funktioniert nicht gerade 1A, vielleicht kann ich ja nochmal... Nein, 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 da muss der andere hin. Na, super. Boah. Wo geht's auch, oder? Mal testen mal. Mal testen mal. Mal testen mal. Mal testen. Mal testen mal. 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 Oh nein. Oh nein. BOMBARDE Da oben ist doch ein Heopai oder hier unten. Ach ja, warte. Ach ja, warte. Ach ja, warte, 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 warte. Das stimmt. Oh, Alter, ich wollte hier eigentlich nur... So viel wollte ich gar nicht machen hier und jetzt muss ich doch nochmal komplett aufräumen. Ich bin ehrlich. Na gut. Wir müssen trotzdem den Weg hier irgendwie anscheinend durchfinden, um da rüber zu kommen. Oder sehe ich das verkehrt? Wir müssen doch irgendwie da rüber. Also, wenn ich so gucke, ist doch das der Weg, um da durchzukommen. Das heißt, wir müssen... Ich bin da, ich muss da irgendwo hin. Ich kriege mal den Wegpunkt festlegen, da hin. So. Huch. Dankeschön. Gut. Dann lass uns mal reinfliegen. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas... Und da geht's längs. Gibt's hier irgendeinen Tunnelweg oder was ist das hier? Was ist das? Au, da ist so ein Tunnel. Müssen wir da durch, um da rüber zu kommen? Wahrscheinlich. Oder wie sehe ich das? Achso, ich kann mal einsammeln. Ich dachte, das wären... Was sind diese Finger gewesen? Was bedeutet das hier? Warte mal. Kann ich das vielleicht anheben oder so? Ein Eis. Hat das den richtigen Zauber, glaube ich, gerade schon drin? Kann das sein? Halt, warte. Ach, Mann. Ja, sorry. Warte. Ist das verkehrt? Irgendwas ist ein anderer Eis-Zauber sein. Einen anderen Eis-Zauber habe ich leider nicht. Okay, da kommen wir so nicht durch. Gut, das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Wenn ich den Zauber noch nicht kann, kann ich hier auch noch nicht längs. Dann müssen wir hier nochmal längs fliegen. Ich muss den Weg ja hier längs gehen, ne? Guck mal, hier oben gibt es extra noch einen kleinen Zugweg. Und das wird es wahrscheinlich sein. Oder bin ich verkehrt? Okay, hier gibt es noch einen, den machen wir auch noch gleich mit. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, ich auch. So, und wir müssen alle mitnehmen. Was geht's denn? So, die Frage soll ich hier machen sollen. Revelyon. Ah, da hinten ist eine Feuerschale. Da ist noch eine Feuerschale. Und hier hinten ist auch noch eine Feuerschale. Okay, das wird wahrscheinlich die letzte sein. Also. Oh. Revelyon. Nochmal. Komm, trinkst du. Eine falsche Reihenfolge? Oder komme ich nicht ganz an? Das kann natürlich auch sein. Oder eine falsche Reihenfolge. Das kann auch sein. Dann ist hier. No, ich war's nicht langsam. Okay. Erst die da hinten. Okay. Nochmal. Musst es schnell sein. Hab ihn da hinten nicht getroffen Nochmal Ah, nicht getroffen Nein, das gibt's doch gar nicht Ich kotze jetzt gleich schon wieder, wie langsam bin ich denn bitte da? Komm mal Mal Arresto, Moment Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein Vielleicht auch langsam mit den Prüfungen da Okay, jetzt haben wir wieder ganz viel Zeit rumgeballert Dabei wollten wir eigentlich zu dieser anderen Sache jetzt eiern Da komm ich nicht rüber, wetten? Das heißt, welcher Weg wäre denn der sicherer? Es geht halt nur durch diesen Berg durch Das darf ich ja nicht Also ich darf da wahrscheinlich rüberlaufen, aber Fliegen darf ich da ja nicht rüber? Okay Dann lass uns mal hier diese Bahnschienen nachfliegen Da waren wir ja schon Da geht's ja nur in diesen Bergtunnel rein Das ist doch verkehrt Gibt's noch einen anderen Weg dahin? Also ich muss hier hinten hin Aber ich kann da nur hinkommen, wenn ich hier durcheiere Oder sehe ich das verkehrt? Und da gibt's einen Berg, einen Weg hoch, aber Ne, da muss man durch den Tunnel Okay, das ist ein Schatzgewölbe, was ist das hier? Auch Schatzgewölbe Es muss ja hier einen Weg hochgehen irgendwie Das Auge der Mine Muss es ja irgendwie hochkommen Nur, wie? Und wieso kann ich mich jetzt auf der Karte nicht sehen? Ja, doch da bin ich Es hilft mir schon richtig, auf dem richtigen Weg zum Fliegen Landen ist hier nicht verfügbar, okay Bist du wieder vorbeigeeiert? Es muss ja irgendwie einen Weg da reingeben Aber wie? Wie komme ich da hin? Triff dir dann Küstchen, Sebastian? Sebastian hat mir eine Eure geschickt Trotz unserer Streit möchte er... Dann gebe ich eine Spur vor Und ich möchte sich an der Küste im Südosten mitbetreffen Ja, aber da kann ich nicht hinkommen Sebastian Es sei denn, es geht da durch Das könnte ich sein Okay, dann müssen wir es ja da durch einmal Na gut Das wäre nicht eine gute Mahlzeit Okay Ich hätte mir auch gleich drauf kommen können aber bin ich natürlich nicht Was mit der Glühautre? Stellt mich dann Halt mich ganz Um Bridge Ja, dich interessiert es anscheinend nicht. Denn du wirst jetzt stimmen. So, hier holen wir erstmal den Reisepunkt. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wieso muss ich denn längs hier? Ist ja richtig, also da geht es ja anscheinend längs, aber wie kann man reingehen? Aber hier ist schon mal ein, was ist irgendwas mit einem Schatzdinger? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohrpulver war. Bombarder! Oder so. Irgendwie kommt man da durch. Die Steine, das ist wie ein Schatzgewölbe. Irgendwas stand da, ne? Ach, warum bin ich überhaupt enthahnt? Ich kann ja jetzt auch in Getarnt-Modus laufen, ne? So nebenbei. Das konnte ich ja vorher noch nicht, kann ich aber jetzt. Das muss ein Wahnsinns-Schatz sein. Eine silberne Brille. Da fällt mir ein, ich muss mich unbedingt mal, ähm... Ich muss unbedingt mal mich stärken, ne? So nebenbei. Also, meine Ausrüstung aufmotzen und so, weil das habe ich gar nicht gemacht. So, und wir können laufen mit dem jetzt. Ein bisschen schneller zumindest. Und so, das macht mir jetzt am meisten Spaß. Ich muss mich nicht so groß um irgendwelche Leute kümmern. Hier gibt es auch noch ein Geheimnis, sicher, oder? Oder einfach eine Abkürzung hier? Nö. Aber alles mitnehmen. Kann ja nicht so schlecht sein, das Ganze dann, ne? So. Hm. Ich verhungere. Ach, ist doch ein Moment. Nein, ist doch. Geht hin. Imperium. Oh, der ist seltsam, aber der macht mir auch Platz. Er ist seltsam, aber der macht mir auch Platz. So, besiegt mir richtige Gegner. Renrog, du kleine Maus, du hast Pech gehabt, ich mach dir den Chaos. Ja komm, da bin ich schon raus jetzt, ne? Hm? Gehen wir da runter? Ob das der richtige Weg ist? Man bezweifle es. Aber naja. Auf jeden Fall sind die Patronen. Okay, das war vielleicht nicht der richtige Weg, aber es gab ein paar Bonus-Sachen. Gut. Und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Bessere geht er gar nicht. So. Oh, was eben nicht identifiziert ist, ist natürlich uncool. Ah, guck mal, hier ist noch ein Flugpunkt. Reisepunkt. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. So, warte mal, ist hier noch irgendwas? Soll ich eigentlich falsch abbiegen und nichts mitnehmen? Da hinten, sonst gucken wir dann schon wieder die Kiste. Hä? Warum geht das so langsam? Huh? Huh? Ah, Entschuldigung. Oh, yo, yo, staubige Luft hier doch. Na, lass mal vorbeilaufen hier. Da, aber Gott sei Dank, da ist doch was Wollen wir uns nicht mal kurz kaputt fliegen hier? Wenn ich schon mal hier bin? So, von oben sind wir gekommen, einfach rausgekommen, wir hätten natürlich auch da weitermachen können jetzt, ne? Aber so kommen wir durch, okay, also ich wusste das irgendwie ja schon, weil ich war ja schon auf der Seite, glaube ich, aber ich habe die ganzen Reisepunkte mitgenommen, das machen wir jetzt mal, jetzt erstmal alle wichtigsten Reisepunkte mit. Ich finde das schon wichtig, dass wir alle haben. Und die anderen nehmen wir auch alle mit hier, die ganzen Gegner einmal. Guck mal, ob wir hier rumlaufen. Tu's doch. Wer schläft auf jeden Fall im Stehen ein? Der kleine Mann auch. Oh. So. 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 Ich werde ihn nicht fallen gelassen. Die Wetterzauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Ah, das ist noch so ein Heio-Fei, okay. Wer sitzt da? Sorry! Oh, ich kann nicht mitnehmen. Warte mal. Mal gucken, ob wir irgendwas rausschmeißen können, was wir nicht mehr brauchen. So. Gucken wir mal. Gucke mal. Hier. Zerstören wir. Ja. Gut. Ist auch nicht viel besser, aber egal. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ich weiß nicht, wo er das Schloss sieht, aber... Wo scheint hier eins zu sein? Den letzten haben wir nicht erwischt hier, ne? Warum nicht? Den holen wir uns auch noch. Dann machen wir alle platt hier. Oh, und nicht nur halbe Sache, ne? Oh, der muss hier. Da ist er. Oh, wie gerne hätte ich jetzt einen Speckpilz einnehmen. Ich nicht. Okay, jetzt muss ich einmal nochmal so ein paar Sachen löschen hier. Ärgerlich, dass ich so viel habe, was wir nicht brauchen können. Aber muss ich mal nach Tieren Ausschau halten? Ich könnte auch noch ein paar ganz coole Tiere finden, wo wir vielleicht auch wieder ein paar Verbesserungen für die Haare und so ein Kram bekommen, aber egal. Und den Besen müssen wir auch noch verbessern. Aber mein Gott, wir haben so viel zu tun. Das ist der Hammer. Da. Da. Okay. Oh, ich muss die leider mitnehmen. Das Problem ist, sonst komme ich ja irgendwann nie wieder vorbei. Ich muss die alle auf den Weg mitnehmen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, siehst du doch, du Affe. Okay. Okay, das eine. Eine. Zwei, drei. Mehr? Ne, drei sind das nur, ne? Okay. Gucken, wie es am besten geht. Ja. Okay, das war zu langsam. Wollen wir doch ganz langsam. Ganz langsam. Da wäre selbst Merlin stolz. So. Leute, ob wir heute noch schaffen, Sebastian zu treffen, das wird eine enge Kiste, glaube ich. Aber zumindest haben wir den südöstlichen Bereich, der erforscht. ist ja auch nicht verkehrt. Hier. Hey. Reich mir mal den Feuer, Whisky. Du musst lernen zu teilen. Okay. Kritikus. Total. Hm. War nicht verkehrt. So. Machen wir bestimmt das Schloss da, ne? Oh, das sieht schon ganz punk aus aus. Hier. Revenio. Das Ministerium soll nicht verfahren werden. Sollte sich nicht gegen die dunklen Künste stellen. Es gibt einfach keinen besseren Schutz. Okay. Es sind echt viele. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Ich habe bei Crackrock geblieben keine Lohnenpferde. Ja. Gucken, ob es den Demi-Guys gibt. Oh, überhaupt. Wie verdammt er noch aus? Na, weiß nicht. Gut. Fliegen wir jetzt mal weiter. Ich würde sonst gerne den Flugpunkt haben hier. Wo war denn der? Hab ich doch gerade eben noch gesehen, oder nicht? Revenio. Da ist der Flugpunkt. Aber kann ich da nicht einfach hinkommen? Auch da, ne? Guck mal. Gehen wir mit? Wieder mal auf Abenteuertour? Dann können wir nämlich später da nochmal hin. Was war das denn gerade hier? Ach so. Na. Okay, ähm. Lass mal weiterfliegen. Es gibt hier wirklich sauviel zu entdecken. Ähm, aber ich kann ja nicht alles mitnehmen. Das ist jetzt einfach nicht zu viel. Revenio. Alohomora. Hier sind magische Sachen drin. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Kommen wir gar nicht drumrum? Nein. So. Na das mal wieder. Na das mal wieder. Hier haben wir geblieben. Ah so, geht denn den Weg. also wenn wir auch da hochkommen anscheinend bräuchten wir diese kiste ja nicht und zwar hier irgendwie ne? okay achso warte der kommt mit hier ähm vielleicht hier? oder hoch? irgendwo rauf? nein! oh da fällig ich ja noch nicht wahrscheinlich ja ich auch hochfliegen kann wahrscheinlich aber besser als hier links gehen wenn Professor Feeck das nur gesehen hätte okay dann eine Spuren alter Magie oh dann habe ich in diesem einen Haus irgendwo wo wir schon mal waren was vergessen weil ich weiß dass da war auch irgendwas und da hatte ich glaube ich ein Teil wahrscheinlich vergessen hier nochmal durch na dann können wir wieder raus gehen wieder hier dann sind noch ein paar Ballons an der Küste ah warte hier schon wieder? ich weiß dass es nicht so spannend ist was hast du diesmal für mich auf Lager? die müssen wir einfach mitnehmen das ist ja zu es geht wir werden wir werden was kaputt Ich sehe nichts. Hier ist aber nichts. Da oben. Wenn du eine Ratte findest. Ich warne dich, wer auch immer... Ich finde es immer nicht quatsch. Pompadour. Pestorin. Empfehlen. Pompadour. 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 Schnell geht das, Leute. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. So, haben wir aufgeschafft. Sehr gut. Oh, hier sind Truhe. Halt da noch eine Truhe? Boah, da noch eine Truhe? Habe ich jetzt gesehen. Ne, noch nicht. Ob hier noch ein Ballon ist, irgendwie? Glaub fast nicht, ne? Nö, das heißt, es sind nur diese Ballons hier. Hm. Los geht's. So, jetzt noch mal rüber zu Sebastian. Lassen wir uns von nichts mehr aufhalten hier, oder? Huhuhu. Da ist bestimmt noch eine Haltestelle, wo man hin kann. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Geht ja nicht anders. Hui, hallo. Wow. Pompadour können wir auch so ausschalten. Perenicus totalus. Da sind hier erstmal keine mehr. Das macht auch nichts. Hier ist eine kleine Kiste drin. Damit wir mitnehmen können. Uh, Explosiv. Zwei. Das ist natürlich nicht schlecht. Das können wir auf jeden Fall mal gebrauchen, um das einfach reinzupacken. Wenn wir denn die richtigen Sachen dafür haben. Zutaten, ne? Oh, warte, da liegt was. Hier ist mitzunehmen. Hup. Okay, okay. Aber hier war kein... Das ist hier so ein... Werden guckt, wo wir das mitmachen können. Aber das können wir gar nicht. Okay, los geht's. Hier sind ein paar Gegner. Und da oben ist unser... Also ich besiege die jetzt nicht, weil es kann ja gut sein, dass das einfach unser Quest ist. Wer die besiegen soll nachher. Ah, die nehmen wir doch schnell mit hier. Tja. Ja. So, hier haben wir einen. Die nehmen wir doch schnell mit hier. Da ist eine Kugel. Wir müssen die irgendwo hinbekommen. Da ist das Ding. Okay. Einfache Musik wird's wahrscheinlich nicht sein. Aber wir gucken mal. Achio. Depulso. Achio. L朝. Lepulso. Lepulso. Ja. Lassen. Da rüber müssen wir, ne? Oh, das Ding hier unten. Ne, das darf man an sein. Okay, dann müssen wir hier rüber noch. Auch dann macht die Dings nicht kaputt hier. Die Mauer. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Ne, mich auch nicht. Perfekt. Für uns zumindest perfekt. Okay. So. So. Und jetzt eigentlich zu Sebastian. Weil Leute, wisst ihr das? Wir haben so viel gemacht heute. Den Sebastian schaffen wir heute gar nicht mehr. Den müssen wir beim nächsten Mal machen. Und dann gehen wir auch direkt damit ins Werk. Und lassen es uns nicht ablenken. Trotzdem danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe ich es euch trotzdem gefallen. So ein bisschen hier so, ein bisschen rum zu schnücken. Oh, guck mal hier. Okay, pass auf, die nehmen wir noch mit. Da bin ich ganz gut bei euch. Pass mal auf. Wie gut war das denn? So. Manipulation 1 haben wir bekommen. Okay. Auch nicht verkehrt. Kohle. Sind die Tiere eingesperrt? Nö, ne? Nö. Gut. Ja gut, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. 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 奇atiworker.